Herzlich Willkommen zu meinem neuen Frage und Antwort Video. Die heutige Frage, ob ich selbst über mich lachen kann. Doch, ich bin ein sehr selbstironischer Mensch. Ich lache auch eher über mich, als mich aufzuregen. Ich kenne Leute, die sind so ernst, die gucken so, als hätten sie gerade ihre Familie eingebuddelt. Ich bleib da immer so ein bisschen lockerer, entspannter. Ich glaube, das ist auch für die Grundeinstellungen im Leben ganz gut. Man muss nicht immer direkt aus der Haut fahren, ausflippen. Ist gut fürs Herz. Lieber ein bisschen lockerer, selbstironischer. Man muss auch mal über sich selber lachen können. Es gibt immer kleine Missgeschicke. Es läuft nicht immer so, wie es soll. Aber wenn man mal mehr schmunzelt, anstatt zu fluchen, das ist schon einiges wert. In diesem Sinne, bleibt gesund und schaut am Sonntag mal vorbei. Da gibt es auf meinem YouTube-Kanal dann wieder ein neues Video für euch. Macht's gut. Ciao. Ciao.